So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir gucken uns noch mal an Commander Legends. Ist ja jetzt auch schon einige Zeit her und ich dachte mir, hey, ich habe davon noch ein Booster. Gucken wir uns das mal an. Wir haben ein Trusty Pack Beast 3x2x3. Wenn es ins Spielfeld kommt, können wir einen Atefakt aus dem Friedhof zurück die Hand. Coole Karte. Flood of Recollection, zwei blaue. Man bringt einen Incent of Sorcery aus dem Friedhof die Hand zurück. Danach wird das Ding exealed. Also Commander Legends sind halt echt coole Karten, aber die Qualität davon ist halt leider echt nicht gut. 3x0, 2 Drachenei mit Defender. Wenn das stirbt, kriegen wir einen 2x2 roten Drachen mit fliegend und dem Dracheneffekt. Holy Golem, 3 Mana, 2, 3. Wenn ihr angreift oder blockt, zieht jeder Spieler eine Karte. Okay. Ambushweiber war hier drin. Wow. 2 Mana, 2, 1 Flash, Death Touch. Gale Strike, 3 Mana. Man bringt eine getappte Kreatur auf die Hand des Besitzers zurück und zieht eine Karte. Ja. Der war da drin. Der war da drin. Wunderfuck. 3 Mana, 2, 2 Reach. Immer wenn man Elfen castet, kann man den 2 Schaden an der Kreatur mit Fliegen zufügen lassen. Boarding Party. 6 Mana, 6, 3 mit Eile und Kaskade. Okay. Angel of the Dawn. Wunderschönes Artwork. 5 Mana, 3, 3 fliegend. Und wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegt eine Kreatur plus 1, plus 1. Wachsamkeit bis zu meines Duos. Okay. Okay. Kurt Street. Denizen. 3 Mana, 2, 2. Wenn immer, wenn eine andere weiße Kreatur ins Spielfeld kommt, tappt ihr eine Kreatur von einem Gegner. Nicht bad. 5 Mana, 2, 5 Wachsamkeit. Wenn er ins Spielfeld kommt, wird man Monarch. Oh, Monarch. Es sind echt viele Kampen drin. Wow. Azur Fleet Admiral. 4 Mana, 3, 3. Wenn er ins Spielfeld kommt, wird man Monarch. So viel Monarch auch. Und er kann nicht blocken, äh, kann nicht geblockt werden von Kreaturen, die der Monarch kontrolliert. Der holt den Monarchen wieder. Ankam. Endlich. Volcanic Dragon. 6 Mana, 4, 4, fliegend. Eile. Faux of Wilderness. Mir ist übrigens nie aufgefallen, dass das hier ein Bart ist, was der hat. 3 Mana, man verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur kriegt plus 3, plus 3 und Trampel. Und kann euch oder Planeswalker, die ihr konsumtiert, nicht mehr angreifen. Das heißt, ihr könnt das auch auf Gegner-Kreaturen legen, was ganz cool ist. 3 Wizards. Wow. Money, money, money. Money. Ein grünes, ein Farbloses. Man kann dann einen Forest aus dem Deck suchen und den getappten Spiel bringen und sein Deck shoppen. Ähm. Money, money, money. Vampiric Tutor. Wow. Ähm. Uff. Ein schwarzes Mana, man durchsucht sein Deck nach einer Karte, mischt dann nach seinem Deck und legt die Karte oben drauf. Man verliert zwei Leben. Hammer. Ham. Wow, Hammer. Wir haben da noch einen Brindelin, The Mooncraken. Acht Mana, sechs, acht. Wenn der Spielwerk kommt und man... Ness? Ah ne, und immer wenn man eine Mana-Karte kostet... Immer wenn man eine Karte spielt, mit Converted Mana-Kost oder mittlerweile ja schon seit längerem mit Mana-Value, von sechs oder höher kann man den aus dem Friedhof die Hand zurücknehmen mit Partner. Die ist ziemlich kacke. Kedis, Emberclaw, Familiar, zwei, mana, eins, eins. Immer wenn der Commander stirbt, ähm... Kann der soviel Schaden zufügen zu einem Gegner. Und, ähm... Ne, warte. Immer wenn der Commander irgendwo Schaden zufügt, tügt der jedem anderen auch soviel Schaden zu. So ist es richtig. Oh mein Gott. Und, wow. Eine Command-Sphere in Foil. Ich weiß nicht, ob man das kriegt, aber es ist eine Command-Sphere in Foil. Hübsch. Drei Mana-Tappen für ein Farbloses, äh... Ne, für ein Mana-Farbe nennt. Ich bin immer noch von dem Wimperic Trudor tatsächlich flasht. Und man kann ihn auch von der Karte zu ziehen. Und wir haben noch einen Piper. Ein Elfoil. Wow, was ein Pack. Was ein Pack. Voll Commands via Wimperic Trudor und Free Visits. Manchmal habt ihr wirklich Glück. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dein Neublexit. Ciao, ciao.